Oh Gott, was werde ich tun? Ich habe keine Tänze! Fuck! Sonst könnte ich Trap-Bypass machen. Das wäre ziemlich cool, wenn ich Trap-Bypass mache. Schade, dass er weniger Ping hat als ich. Ich bin hier. Da ist der Cracker übrigens. Wie ist er denn schon wieder gestorben? Was ist mit den Crackern? Hast du gehört? Ich habe sie durch dein Headset gehört. Ich habe sie auf Long Distance geworfen. Ich habe eine Knife, ja. Du hast ein Knife? Ich habe den Fuse. Ich hoffe, ich habe eine Machetta, doch. Ja, ich habe den Fuse. Ich habe eine Knife, ja. Nice, komm zu Bertridge. Jetzt geht's. Ich hab noch einmal da. Niuuung. Dann gehst du mal voll in den Jungs. Pass auf. Ah, Bro. Ich hab doch gedrückt. Klampe. Nice. Digga, Ondra steht auch jedes... sofort jedes Mal, ne? Ja. Wo ist das Phone? Da. Schaffst du, 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 schaffst du. Komm, 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 komm. Jetzt bin ich tot. Du hast eine gute Sache gemacht. Danke, danke, danke.